Hey Rockers! Es war eine verdammt verrückte Woche für uns in Italien auf der EICMA, aber jetzt sind wir wieder zurück in meiner Moto-Garage. Wir testen neue Teile, wir bauen weiter auf meinen Stuntbikes und ob das nicht genug wäre, wir haben einen Anruf aus Thailand bekommen und in ein paar Tagen fliege ich nach Thailand, wo ich eine Demo-Stuntshow fahre mit der 93er Duke für den nationalen Duke Lounge in Bangkok und weil wir der Master sind für die Last-Minute-Entscheidungen ist das für uns überhaupt kein Problem. Lass uns an die Arbeit machen und Rock'n'Roll! Wie ihr seht, habe ich schon ein paar Teile montiert auf der Duke und der Plan für heute ist, Nummer eins, trenieren mit der 93er und sich ein bisschen vorbereiten für den Bangkok Duke Lounge und der zweite Punkt, ich will euch bald bringen, wir mal einen Rolling Burnout machen. Der letzte Teil ist montiert, das ist der sogenannte Toe Guard, es ist noch immer ein Prototyp, wir müssen noch ein paar Änderungen machen und ich nutze die Gelegenheit, es zu testen jetzt. Es ist sehr cool es zu haben, weil wenn du stürzt, es beschützt deine Finger hier auf dem Kettenrad, dass du sie nicht abschneidest. Oh ja, viele Fragen auf dem YouTube-Channel. Rock'n'Roll! Wo ist deine 250er Duke? Und Leute, wir haben sehr viel entwickelt in den letzten Wochen und ich habe ein kleines Update für euch. Wir haben alle Teile vermessen, ein paar von denen haben wir 3D gedruckt und die Blueprints sind schon beim CNC-Fräsen und beim Laser-Aufschneiden. So, das bedeutet, wir haben schon die harte Arbeit gemacht, weil Entwicklung kostet sehr viel Energie und Zeit. Wir warten jetzt noch, dass die Teile zurückkommen und dann ist es Zeit, dass wir die 250er wieder zusammenbauen. Ach ja, das wird eine verstellbare Wheelie-Bar. Ich habe nirgends eine gesehen, ich denke mal, wir werden die Ersten sein, ich bin mir ganz sicher. Aber man kann die Wheelie-Bar in die Länge verstellen. Man sieht es jetzt nicht, aber wenn die richtigen Teile kommen, dann werde ich schon sehen. Sobald die ersten Teile ankommen, können wir das nächste Stand-Bike-Build-Off-Vlog filmen. Aber jetzt, Dominik, Junge, wir müssen uns beeilen, die Sonne geht nach unten. Wir müssen noch trainieren und den How-To-Rolling-Burn-Out filmen. Okay, Junge, lass uns ein bisschen Gummi geben und absischen. Nee! Okay! 40 4 45 180 47 下一 42 40 85 41 42 43 42 41 Mann, Dominik, ich friere. Es ist Winter, Ende der Saison. Aber ich muss sagen, alles funktioniert. Perfekt. Ich bin bereit für Thailand. Thailand kann kommen. Und ja, es ist jetzt die Zeit, euch zu zeigen, wie man einen Rolling Burnout macht. Tipp Nummer 1. Der Hinterreifen sollte zwischen 2 und 2,5 bar haben. Desto härter es ist, desto leichter kann man den Hinterreifen durchdrehen lassen. Tipp Nummer 2. Findet einen großen Parkplatz, ohne Steine, ohne Sand. Man muss viel Grip haben am Vordereifen. Bevor wir starten, ihr müsst den ABS ausschalten, weil mit dem ABS kann man den Rolling Burnout nicht erlernen. Schritt 1 fängt ihr an, langsam im ersten Gang mit dem Bike zu rollen. Das ist deswegen wichtig, weil es viel einfacher ist, das Gleichgewicht zu halten, wenn ihr ins Rolling Burnout geht. Schritt 2 ist ein sehr wichtiger Bestandteil von dem Rolling Burnout. Ich spreche über die Körperverlagerung. Ihr müsst euren Gewicht über das Lenker verlagern, so kriegt der Vorderreifen viel mehr Grip und ihr könnt nicht so einfach wegrutschen. Mit den Bikes mit weniger Leistungskraft müsst ihr euch ein bisschen mehr nach vorne beugen. Mit den Bikes mit mehr Power müsst ihr euch ein bisschen weniger nach vorne beugen, aber nie in die normale Sitzposition gehen, sonst habt ihr den typischen YouTube Fehlklick. Okay, wenn ihr jetzt den Punkt 1 und den Punkt 2 verstanden habt, ist es nicht so wirklich schwierig. Aber jetzt sind wir bei dem Punkt 3, der ist der wichtigste. Lass uns loslegen. Und bei dem Punkt 3 sind drei Dinge wichtig. Bremse, Kupplung und Gas. Man muss erst die Bremse ein bisschen schleifen lassen, Gas geben. Man rollt noch immer mit dem Bike. Und zwischendurch drückt man die Kupplung und lässt es langsam los, sodass man den Feeling langsam kriegt, wie der Hinterreifen sich durchdreht. Beim langsamen Rollen müsst ihr drei Dinge verbinden. Die Bremse langsam anziehen und schleifen lassen. Ein bisschen Gas dazu geben und langsam die Kupplung drücken und langsam loslassen. So kriegt ihr den Effekt, dass sich der Hinterreifen dreht. Jungs, ein wichtiger Hinweis, wenn ihr den Rolling Burnout lernt, macht es lieber mit einem alten Reifen, bevor ihr es wechselt, weil mit dem neuen, das Trick frisst viel Gummi. Reifen? Reigen. Reifen. 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 Unser neuer Filmauto, High Production Value. Jungs, das ist alles für heute. Ich hoffe, ich konnte euch beibringen, wie man ein Rolling Burnout macht und das sind die Grundregen, wie man es richtig macht. Es wird langsam dunkel und Dominik, wir sollten langsam nach Hause gehen. Was denkst du? Aber ich habe noch etwas für dich und für euch, Jungs. Dominik, gib mir die Kamera. Sag, was? Weißt du was? Ich habe eine News für dich. Bald, aber sehr, sehr bald, erreichen wir nach sieben Monaten unsere ersten 100.000 Subscriber. Was sagst du, Junge? Viel Arbeit und das ist dann die Belohnung. Und was sollen wir machen zum Jubeln? Hast du eine Idee? Ich habe schon eine Idee, ja. Was ist die Idee? Ein Vlog auf Indisch. Ein Vlog auf Indisch? Nein, das machen wir nicht. Wir machen das so. Ich habe keinen Plan. Leute, sag uns eure verrückte Idee für die 100.000 Subscriber. Wir wollen diesen Meilenstein feiern und wir haben keine Idee. Deswegen Comments below und sag uns Bescheid, was wir machen sollen, wenn wir das erreichen. Danke fürs Supporten. Teilt das Motto Vlog mit euren Freunden und bis zum nächsten Mal. Aber du musst am Leben bleiben. Ich muss am Leben bleiben. Die Idee sollte mich trotzdem am Leben halten. Und bis zum nächsten Mal. Rock cm. look восk Bis zum nächsten Mal.